auch heute darfst du dein herz wieder entscheiden lassen variante 1 2 oder 3 der freitag ist da wähle deine persönliche tageskarte wir haben heute den 12 juni ich hoffe euch geht es gut es ist kurz vor dem wochenende und wir beginnen mit karte nummer 1 wir haben engel ariel neue geistige und hellsichtige erfahrung verändern deine sicht der welt und deiner selbst erlaube deinen geistigen gaben sich zu entfalten durch lernen beten und meditieren ja das passt sehr gut zum gestrigen orakel für für die spiritualität wo deine gaben sind wenn du möchtest schau gerne mal rein hier heißt es auf jeden fall dass du dich dem öffnen darfst und nicht so fest im denken verankert sein sollst dass zu dem außen gefallen muss denn das außen bremst ein meist obwohl man das gar nicht so möchte hier heißt es noch geh heute an die arbeit geh ruhig gelassen denkt nicht dass das außen was gegen dich hat und wenn dann gehen die meditation gehen die ruhe und finde so deine kraft zu dir selbst die nummer zwei engel celeste eine glückliche veränderung in form von umzug oder arbeitswechsel steht bevor und bringt ihr positive neue energie das ist schon mal sehr sehr schön wir haben hierzu noch ja eine positive neue energie die sehr lange bleibt und heute wird auch viel über reisen gesprochen aber vielleicht auch die reise zu dir selbst was ganz wichtig ist ist diese glückliche veränderung in form von umzug oder arbeitswechsel steht bevor heißt dass es auch für dich innerlich jetzt eine veränderung geben kann dass du dein denken einfach ein bisschen umänderst dass du dich deiner spiritualität vielleicht ein bisschen mehr öffnest aber vielleicht auch endlich deine gebete erhört werden wenn du derzeit in einem der beiden themen unglücklich bist ja und noch die nummer drei engel brie bridget vorsicht tut not schau dir die situation genauer an bevor du weitermachst hier also obacht bitte man sollte aufpassen eine sehr sehr schicksalhafte herausforderung steht heute an du musst heute wirklich ganz ganz bei dir sein passt ein bisschen auf dich auf passt auf jeden fall darauf auf dass du nicht von fremden menschen oder menschen im außen gelenkt wirst sondern wirklich für dich das tust was für dich auch richtig ist und wenn es für dich richtig ist zum beispiel eine herzöffnung mitzumachen oder einmal im monat eine live energiearbeit mitzuerleben und drei sonder streams wo du auch tiefgehende fragen stellen kannst und nicht nur eine botschaft gezogen bekommst dann wärt doch mitglied von diesem kanal schau dir das einfach an unter dem video mitglied werden drücken und dabei sein wir sind schon einige ich freue mich sehr darüber aber dafür bekommt ihr auch einiges zurück in diesem sinne heute abend wieder ein special orakel für euch 17.30 merkt euch bis dann